dann treiben wir mal eine runde oder zwei oder drei los dann kann ich mit dem taxi rumtun ja dann bin ich kann die taxifahrer mit hängen sein genau das habe ich gar nicht erzählt oder gezeigt man kann auch mit dem item hüpfen also besser gesagt mit dem taxi zum beispiel selten dämlich nicht nur hüpfen sondern auch mal hüpfen kann man da ein oder andere jetzt fragen schütteln einfach das fett schütteln aber halt nur ja ist klar kommt nicht um diese ecke schade schokolade obwohl die schokolade ob pizza oder schokolade langsame tempo das taxi echt sogar da vor sich her schaub schaub Hier ist auch nichts. Hier rum. Acht Sekunden. Ey, Leute, das ist das knappste Rennen, was ich jetzt bislang gefahren bin. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Taxi hier überhaupt nicht umgehen kann. Go, 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 yes. Wow, einmal rum. Wow, drei Sekunden. Nein, 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 nein. Ja. Ah, nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Oh, oh. So, und jetzt hier weiter rum. Der Eiswagen steht im Weg. Der Eiswagen steht im Weg. Oh, das ist noch ein Zielfahrtending. Wow, 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 wow. Das fahren wir gleich auch mit dem Eiswagen. Gegenverkehr. Neun Sekunden. Da oben. Da oben ist irgendwas. Oh. Und hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Taxi. Taxi. Zieltaxi. Zeitläufe gewonnen. Sieben von 16. Auf irgendeiner Statue war jetzt da irgendwas drauf. Auf der da hinten, ne? Da oben war der drauf. Kicken wir mal, wie wir da raufkommen. Ja, nein, weiß ich nicht. Ach, egal. Dann hatten wir hier auch gerade bei der Fahrt irgendwas erzählt. Also neben dem. Ach ja, Anrufe ist mir wohl. Ich weiß ja, was das ist. Hier ist ein Grill. Hier brennt wieder etwas ab. Hier ist noch ein Taxi. Ja, wer stellt diese Taxen da an der Seite ab? Ja, okay. Oder? Nee. Oder? Hier ist wahrscheinlich ein paar Kugel. Oh, das ist ein wahrscheinlich, das ist ein Parcours. Ähm, die Frage lautet jetzt nur... Ja, okay, komm. Bist du schon im Feuerwehrgebäude? Äh, gleich, Vinny. Bin schon fast da. Gut. Ich will das möglichst schnell abhaken. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier mit irgendwie... Okay, so komme ich hoch. Oh, ho, ho, hoch! Okay. Das wird ein Parcours sein. Das werde ich. Das werde ich. Ja! Ich habe gute Nachrichten. Oh, hi, Frank. Was gibt es denn? Ich wurde befördert. Was? Moment. Von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht, seit ich den Job mache. Und? Was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Vinny als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt... Verdeckt! Verdeckt! Wow! Ich soll für Vinny eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaus, wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. Ja, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ähm, da war eben ein Kugelbeliebzeichen. Nicht, dass es ist ein Eck zu dir. Ähm, man merkt schon, dass es ein Nintendo-Spiel ist, ne? So, dem, du. Dem? Dem, dem, du? Ich habe mich doch gerade was gesehen, ne? Nö, doch nicht. Okay. Dann habe ich mich versehen, aber... Hier ist nochmal dieses, ähm, der Eisdiele. Hier waren wir schon. Warum habe ich das Ding nicht gesehen? Egal, Zeitläufe. So, nächster Zeitlauf. Und... Let's... Go! Go, 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 go! Ich kann ja mit dem Eiswagen fahren, sehr selbstsexy. Ähm... So. Wow. Ah, hier wollte ich nochmal hoch. Wo ich alles hoch wollte, ne? Wow. Ah, gefühlt habe ich das schon mal gemacht. War doch hier schon mal langgefahren. Na, egal. Aber mit dem Eiswagen. Hey, Leute, überlegt mal. Ihr würdet mit dem Eiswagen zocken. Das Eis essen, oder nicht? Dann würdet ihr einfach sagen, ach komm, ist mir scheißegal. Ich habe das Eis jetzt mit. Gucken wir mal, was verdammt war. Okay, da hoch, 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 hoch. Einmal vorfahren, einmal Eis für das Hotel, bitte. Einmal Eis für das Hotel, bitte. So, dann fahren wir weiter. Nächste Lieferung. Wahrscheinlich ist das so ein Lieferweg. So, einmal Tadda-Spiel. Einmal hat das Spiel wieder ein Tadda. Hoffen wir mal, dass es sich jetzt gleich widerlegt. Hier hochfahren. Nächste Eis-Lieferung. Ding, 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 ding. Ne, oder wie macht ihr... Machen die Eiswagen bei euch in der Nähe? Ja, weil... Jetzt bloß nicht kippen, Eiswagen. Nein! Ich habe gerade gedacht, das Ding kippt gleich. Auf den Strand, okay. Strandgang. Einmal Eis, bitte. Einmal Eis, bitte. Das ist ein Superbau. Machen wir auch gleich. So, Strandgang war es auch. Ah, okay. Wir konnten das Ding nur... Oh, 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 oh. Okay. Langsam. Langsam und ruhig hier langfahren. Langsam und ruhig. Langsam und ruhig. Bloß nicht runter. Hier könnten wir nur langfahren, wenn wir die Rampe gebaut haben. Da wir sie ja jetzt haben. Ist ja egal. So. Bloß nicht. Nein! Boah! 360! Daumen hoch für diesen 360! Nicht für dieses Video, sondern für diesen 360. Aber das Video wird dann, glaube ich, auch da durch den Daumen hoch bringen. Oder das weiß ich. So, nächste Route. Gegenverkehr. Echt super. So. Und jetzt wieder bei... Ich nehme ich an rein, ne? Doch, doch. Ha, 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 ha! Eiswagen haben wir auch reingeschaltet. Ah, seit Läufe. Äh, acht von sechzehn! Den Eiswagen haben wir reingeschaltet. So, ich wollte hier irgendwo... Hab ich doch eben was gesehen. Irgendwo hab ich doch eben gerade was gesehen. Ich glaub, ich bin hier hochgefahren. Was für ein Tag. Ja, was für ein Tag. Geht's euch auch so? Was ist es für ein Tag? Ja. Ja, grunds-grunds-grunds- Bist du schon im Feuerwehrgebäude? Äh, gleich, Winnie. Bin schon fast da. Gut. Ich will das möglichst schnell abhaken. Ja, irgendwie haken wir das überhaupt nicht ab, ne? Blumen? Ich möchte blumen, denn andere tun mir leid. Äh, nein! Hey, Chase, ich hab gute Nachrichten. Ja. Oh, hi, Frank. Was gibt es denn? Ich wurde wegdrücken. Kann man nicht wegdrücken? Moment, von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Och, Mann, ey. So, das ist dann auch wirklich... Ich glaub, wir fahren dann wirklich jetzt zum Ding da, weil sonst der Frankie, Freddy Denki, bemerzt mich ja jetzt schon fast. Bin dabei, für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ja, also verdeckt, verdeckt. Ja, ja, das hab ich aber auch schon gesagt. Du hast es von mir gestohlen. Ja. Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrboden besorgen. Links-Rechts-Kombo oder so. Nachdem ich es abgeliefert habe, muss ich mit Restwaffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. So, was ist hier? Hier kommen wir hier hin. Schön. So, Teleporter. Zack, 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 zack. Und hier haben wir was freigeschaltet. Und zwar freigeschaltet. Haben wir hier noch was? Hier haben wir ein Trampolin. Ich denke mal, das ist der Sinn und Zweck, dass wir hier überhaupt hochgehen. Ja, würde ich sagen. Der Sinn und Zweck, warum wir hier überhaupt hochgegangen sind und gehen dementsprechend jetzt in Richtung, weiter in Richtung genommen. So, wo muss ich ja, ich muss mich ja auch irgendwie rechtfertigen können für das, was ich hier tue. Weiter in Richtung Polizeistation. Polizei-Station? Nö. Das ist ein Notfall. In Richtung Feuerwehrstation. So, kommen wir mal weiter in die Richtung. Haben wir sehr viele Leute die Tage gemacht. Die Tage gemacht. So, haben auch die schönen Sachen hier alles schön gemacht. Ich will hier mal außen rum fahren. Vielleicht ist hier noch doch was außen rum. Das ist ein Bankautomat. Das mag ich ja nicht. Ja, hier. Hier ist noch ein Superstein. Ist gleich ein Superstein. Ja, wir haben 100.000. Gut. Dann weiter. Wir haben die Telefonzellen jetzt allesamt angemalt. Aus dem Weg. Bankautomat, der ist ja schon Schrott. Den haben wir ja relativ früh schon gemacht. So, im nächsten Abteil. Bestimmt gibt es hier auch irgendwas. Ich hoffe, denen geht's gut. Ja, ich auch. Legoladen. Boom. Ja, hier waren wir wegen... Hier waren wir wegen... Hier waren wir wegen... Blackwell. Hab ich gesagt, wenn wir nächstes Mal wieder hier sind, werden wir das wieder machen. Und zwar... Jetzt. So. Gucken wir mal, ob die Fitnesstrainerin jetzt fit genug ist. Wow, 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 und wow. 1,2,6. Es waren auch ein paar Supersteine zwischendurch. Das habe ich auch gesehen, aber ich glaube... Momentan benötigen wir sie eher weniger. Ja, 100.000, Leute. So, wenn ich sie jetzt noch... Ich könnte... Ja, ich könnte sie auch einsammeln. Ich würde aber andersrum zu meinem 90% ja nicht. Die Leute, die heute wieder einschalten und sagen, hä, 90% ist ja... Warum hast du ja 100% Let's Play? Naja, es gibt ja immer Sachen, die man nicht so ganz kann und nicht so Lust hat. Nicht so Laune hat. Bislang gab es die jetzt, Gott sei Dank noch... Ich glaube, einmal... Ja, einmal, wo wir zu langsam waren, aber sonst... Das ist alles relativ angenehm. Äh, hier war es runter, ja. Aber falls mal sowas kommen sollte, ne? Muss man das einfach auslösen können. Oder, weiß ich nicht. Wie das später zu dem 100% Run ist. So, da ist zum Beispiel so ein Superstein. Ne? Den brauchen wir aber jetzt momentan nicht. Wir haben 100.000. Das ist... Unglaublich. So, hier irgendwo ist das Ziel. Ah ja, hoch, 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 hoch. Dahin war's. Dahin war Blackwell... ...festgehauten worden. Dass wir auch davon stark ausgehen, dass hier hinten das Ziel ist. Ja, da ist das Ziel... ...erreicht. Yeah. Parcours. Nummer 6 von 19. Ninja! Boah, wir haben die Ninja freigeschaltet. Ninja! Den möchtet ihr euch haben. Ninja! Ich hab jetzt gar nicht gekauft. So. iPhone 9 zum Strand, ne? Na, egal. Das ist nochmal. Das ist... Bin ja jetzt am Strand vorbeigefahren. Ja, ich weiß auch, was da jetzt kommt. Äh, wo muss ich denn hin? Baseball, für mich. Egal. Ähm. Komm, komm. Ich muss mal lang. Den Zeitstück... Wow! Andersrum, da unten ist was. Ach, ne, da hinten. Ja. Bist du schon im Feuerwehrgebäude? Nein, aber ich gehe da gleich hin. Ich bin schon fast da. Gut. Ich will das möglichst schnell abhaken. Au! Okay, ich bin schon fast da. Super. So, dann hab ich ja sogar recht gehabt. So, was mach' ich hier? Ah, höchstwahrscheinlich nach da hinten laufen. Nach da hinten laufen. Hey, Chase. Ich hab' gute Nachrichten. Oh, hi Frank. Was gibt es denn? Ich wurde... ...befördert! Was? Moment. Von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht, seit ich den Job mache. Uhu. Was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du halt so jetzt... ...verdeckt, verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. Er war ja stolz darauf, dass er auf die Bäume aufpasst. Es gibt ja bestimmt auch Wanderlisten, die ein paar Wälder haben. Wollen sie jetzt stehlen. Und von daher... ...darf er doch auf die Bäume aufpassen, würde ich sagen. So, was haben wir denn... Also, wir haben irgendwas hier oben. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Parcours ist. So, wie verwirrt er halt, wie hier gebaut wird. Das ist ein Hai. Oh, ein Hai. Äh, ja. Okay. Ich komme da also weit genug hoch, wenn ich's möchte. Hier ist, hat er noch nicht freigeschaltet. Dann ist da wahrscheinlich... Irgendwas. Ja, da kommen wir nicht hoch. Das brauchen wir dafür, dass da... Und dann kommen wir weiter. Gut. Und da oben ist... Ja, da oben ist Parcours. Aber wir können hier lang. Was haben wir auf dem Huhn? Klar, das Huhn ist bestimmt toll. Absolut. Warum? Warum sollen wir aufs Huhn? Ist irgendwas? Ah, okay. Das ist ne Schnur. Oho. Und jetzt kommen wir auf ein Hai. Hai? Das ist ein Schwein. Oh. Oh. Nein. Kacke. Ist bestimmt irgendwas da ganz hinten. Äh. Egal. Machen wir was von anders. Halt jetzt wirklich mal so langsam. Sollten wir uns unterstützen. Ich kann ja nicht jedes Mal ankündigen. Wir gehen jetzt zur Polizeistation. Und wenn gehen wir dann doch nicht hin. Obwohl, halt hier holt. Ich schreibe mich doch nicht. Aber es wäre ein bisschen scheiße. Das wäre ein bisschen kagge. So. Also da ist die Polizeistation. Äh, Feuerwehr. Ja, Polizei und Feuerwehr. Lern erstmal wer was ist. Dann kannst du weiterspielen. Die Feuerwehrstation. Äh. Perfekt. Schick, schick. Sind wir hier noch so tolles? Ja, wir haben Kisten. Oh, wir haben Kisten. Kisten sind immer. Kisten sind immer was tolles da noch am Krieg. Nicht. Keine tollen Kisten. Du willst zur Feuerwehr? Dann komm rein. Klar. Okay. Dann. Auf geht's!